was geht leute bomb man of bomb hier heute spielen wir split gate season 1 ist da endlich mal nach fünf monaten oder so ich hoffe jetzt wird regelmäßiger meine season kommen ja season 1 ist gekommen dazu mache ich heute ein video ich teste den neuen modus und map erstellen also man könnte einen eigenen map bestellen finde ich nice und ja der neue modus ist geil ich habe ihn schon eine runde ausgetestet gerade ich habe video dazu gemacht aber er hat nicht aufgenommen danke playstation du bist das beste was aufnehmen angeht er ist richtig scheiße zum aufnehmen aber egal auf jeden fall hier ich zeige den battle pass den battle pass feier ich also ich finde den battle pass viel geiler als von season 0 ok nicht vielleicht hier aber auf jeden fall besser weil kaktus kinder so gerne weil hier den tiger ja hier sind generell so viele sachen auch viele split coins gratis finde ich auch gut ja ich zeige euch den mal kurz hier durch ja lasst euch vielleicht da lassen aber da geht die glocke teilt das video habe ich doch schon gesagt aber egal der jetpack das glaube ich sonst wetz gehen aber das sieht auf jeden fall nice aus außer mit dem gesicht aber ja also geht so ein bot das gefühlt ich glaube sogar der bot beim training kann man ja gucken ja und die tarnung finde ich auch gern mit der kugel davon gibt es auch so eine map glaube forgen ja die wird auch überarbeitet übrigens wenn ich euch vielleicht später zeigen aber ja gibt es so geile tarnungen und so geil das ganze noch geil gemacht worden hier boom das werde ich auf jeden fall nehmen als spray passt ihr zu meinen channel ja auch platin oder ok fast platin eigentlich tarnung hier junge so geil alles ne ich will mir auf jeden fall den battle pass was ist das alter das feiere ich übertrieben also besseres gibt es gefühlt was gar nicht ja das auch nice und savannah der tiger junge das macht ein bisschen angst ja hier ist der shop hier ist auch honey camp so eine geile tarnung mit neues aus das neue aber sonst eigentlich alles alt und ja die starten meine runde ich hoffe wir kriegen den neuen modus mein controller back danke danke und ja ich fange mal an und wir sehen uns gleich in einer runde sind übrigens rainbow skin endlich wieder bekommen habe ich mal endlich bekommen und ja die jetpack den kennt ihr und leute essen ist auch in der party also es im hintergrund er redet und ja er macht das andere ist das machst du so stop it geht zum help naja und auf jeden fall ihr kennt ja vielleicht noch manche leute die meinen kanal lange schauen vielleicht noch das video wenn ich du wäre feld von ford night da habe ich außerdem zahnspange angabelt video ist ein bisschen scheiße angehört und ich hatte diese lose zahnspange wieder die ist bald aber weg und ich zeige ich mal wie ich damit mich anhöre und so leute so höre ich mich an geil ja leute was soll ich sagen was für profil für profil bilder ich kann hier was sprechen mit der scheiße guck mal er hat den battle pass kaktus geiler typ der hat auch den season 0 battle pass und er auch ich auch aber ich ziehe die scheiße jetzt aus so leute jetzt wieder normal ja und wenn ihr auch mal challenges sehen wollt dann lasst ein like da wenn das video gut ankommt mache ich vielleicht eine challenge vielleicht kein jetpack benutzen oder so gucke ich mal und ja ja wir haben direkt den neuen modus geil capture the flag ja wir müssen so angreifen soweit ich weiß also es gibt eine runde wo man angreifen muss die flagge erobern muss und eine runde wo man verteidigen muss ja mal das ist sehr nice jetzt müssen wir in dem fall ihn verteidigen wie er die flage eroberten angreifen möchte und er hat es geschafft unter 1 gewonnen ok eigentlich sehr nice der modus feier ich freu uns geiler teamwork modus und jetzt kommt die verteidigung jetzt müssen wir die flage verteidigen ich werde doch glaube ich öfters jetzt streams machen von mit geld wegen es gibt ja jetzt auch diese neuen die neue season und das wird geil kann man bis 100 level 100 gründen gut finde ich höh? von wo? höh? ja ich hab gar nicht gecheckt na die maps bisschen scheiß für die flagge ich kann da gar nicht klein und wie was soll ich denn hier hochkommen ja 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 jetzt muss ich hier nein hat nicht gecheckt nein hat die flagge erobern ja gut 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 bitte 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 nein alter so ein schwein ah das war ein noob er hat es nicht geschafft ihn zu kehren schlecht hey das waren nur ein paar sekunden bei ihm bei mir war es dann ja egal stop it get some help oh ja ok jetzt müssen wir erobern erobern ist leichter bei der map jetzt geht die zweite runde los jetzt schon angreifen vielleicht testen wir die map erstellung vielleicht kann man dann mitmachen und leute wenn ihr bis märz die 100 abonnenten schafft seid ihr krass dann wird es ein geiles video geben bis märz 100 abos also müsst ihr jeden tag ungefähr ein abo machen manchen tag noch zwei wenn ihr das schafft seid ihr auf jeden fall krass das war ja schlecht von mir hey das war richtig an ducky alter das war richtig scheiße ich musste ständig nachladen was war das für scheiße was hat das jetzt für eine schlechte eroberung er ist einen millimeter gegangen er ist wirklich einen meter neu gegangen mit der flagge ah der kaktuskin feiere ich schon da guck mal da vorne hey hey das ist frech das ist richtig frech ok das sind zwei gute spieler ja komm 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 ey wie ihr da von der ecke kommt alter ja ihr könnt ja sagen wie ihr den battle pass findet ob ihr den alten geiler findet oder einen neuen wird auch ein extra video machen wann ich mir den battle pass hole ich hab grad noch nicht genug splitcoins und ja werdet ihr dann sehen ja die sind immer zu zweit ist unfair das ist richtig unfair alter denn naja ja lauf über Met 어떤 Rumba-Puba, keine Ahnung. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Ja, Verlängerung. Nein, 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 nein! Rennen, renn, renn, renn! Ja! Da- das beste leute die kleiner schlingel du kaktus wenn der kaktus auch noch animiert das ist zu geil zum glück habe ich nicht verpasst dass die season 1 kann habe ich gerade auf youtube noch so gesehen das ist vor paar tagen kam deswegen ein bisschen spät vielleicht aber ja jetzt müssen wir verteidigen auf jeden fall frage ist wo soll ich hin Leute Ich komme direkt Das war nicht gut von ihm Wo ist die Junge, die kommen ja nacheinander Wie soll man da die Flagge behalten Also, dass er wieder zurückkommt Guck mal, direkt der nächste, Alter Der Cooldown geht gar nicht runter Hä, das ist ja richtig unfair Was ist das denn, Alter Nein, 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 nein Oh, danke Guck mir, wie unfair Ey, der Cooldown geht nicht runter Guck mal, der eine nach den anderen kommt Ne, nein, nein Oh, danke Ey, wie unfair ist das denn, Junge Bis dahin muss jemand nachladen Ja, ich sag's euch, das ist richtig unfair Also, sowas Unfaires habe ich ja fast noch nie gesehen, Alter Ja Ey, was soll man da machen, Leute Unfairer geht's nicht Ihr habt selber gesehen, da konnte man nichts machen Wäre ich da drauf geblieben, die hätten mich gekehlt Ich musste mal wieder nachladen Was macht doch mein Team, Alter Die kommen gar nicht, ey, die sind auch dumm Mein Elstchen vielleicht 25 Cent überart holt, der sich auch wieder Splitgate, ne Hä? Digga ist so lust, ne Der versteht, der checkt auch gar nichts, wenn ich was sag Ja, ich weiß nicht, wie ich sag vorgekommen hätte Vielleicht hörst du dir auch mal Splitgate, wenn du 25 Cent überhast Ich hab nichts getroffen Und gönnt mir die Flagge nicht Hä? Ah, das geht nicht Das für eine Kacke Okay, dann hätten die direkt so machen können, dass man keine Portale machen kann Sorry, sorry, sorry Du wolltest nicht Ich war ein Meter vom Ziel Ja, guck mal, wie schnell es bei dem runter geht Ja, alter, jetzt Maul Muss man da drauf stehen, damit es schneller runter geht, oder was? Wie unfair war das denn, hä? Der mein Team ist so lust, ne Das macht einfach nichts Oh, oh Ja, Junge, jetzt kommt der Kollege Ey, renn doch Was ist das für scheiß Wanda? Ey, Junge Das ist so eine Kackrunde, was die Mates angeht Vorjahr war viel geiler Hab ich aufgenommen, aber nein, alter PS4 denkt sich auch noch so Nö, wir würden mich aufnehmen Ich hasse dich, Digga, das ist so scheiße Ich bleib' jetzt hier oben Trefferdeck, Digga, nix von hier oben Hä? Was war das für eine Scheiße? Junge, das war ja richtig ehrenlos Guck mal, ja, jetzt rennt er erst, ey Ey, die sind so schlecht, meine Teammates Mann, ey, das ist ja schon traurig zuzusehen Was eigentlich für ein Gleichstand ist Aber jetzt müssen wir verteidigen Ja, wenn die jetzt nicht verteidigen Kommt doch her, ihr Behinderten Guck mal, die rennen alle weg, ne Alle rennen weg, wirklich alle Ja, der hat's mal gecheckt nach der Zeit, ne Ja, was soll man da machen, ganz ehrlich Was soll man da machen? Warum geht's denn bei uns nicht so schnell runter? Ey, guck mal, wie schla- Oho Ey, Digga, ich heul gleich so schlecht, wie die sind Ich heul gleich Ja Ey, Digga, guck mal, wie lost er ist Guck ihn mal an Ja, Leute, kann ja auch nichts tun, sorry Lass dein Mitleids-Like da, Junge Was ist das für eine Scheiße? Das war richtig ehrenlos, die schlechte sind Wollen wir wetten, ich habe mehr Kids, als die alle zusammen, Alter Hoffentlich, Junge Guck dir, die aussehen, ey Und alle, die sind wenigeres Level, als ich zusammen Ich bin weiteres Level, als die alle zusammen Traurig Macht die Scheiße aus Wir öffnen jetzt einen Drop, Leute Komm, wir kriegen jetzt was legendäres Jo, wie geil sieht das aus, Digga, Animation Ok, 3, 2, 1 Go What the fuck Gold in verse Hä, habe ich das nicht schon? Hä, ich hatte das doch schon, oder? Hä? Keine Ahnung Auf jeden Fall schlechter Als das normale Gold Ja, Leute, wir testen jetzt aus, wie Dings ist Map Wie das Map gestalten ist Und ja, wenn ihr keinen Lecker lässt, schießt der Typ euch ab Wegen der hat auch schon ein paar Schütze abbekommen Multiplayer, hä? Ne, ich stelle einfach selber Täglich nicht genau Karteneditor, Fläche Erde Okay Hä? Starten What the fuck Hä? Wie geil Bau Modus um Yo Bau Menü Hä, warte Drehen Ja, aber Wie langsam man sich bewegen kann Ah, hier kann man ganz schnell sein Ah Jetzt noch auf 1, würde ich sagen Was ist das? Ah, kann man verändern, ne? Hä? Das schicke ich nicht Kann das jetzt auch mal da bleiben, oder so? Hallo Ich will das wieder wegmachen Hä? Das schicke ich nicht Ja, ich will jetzt nicht greifen Warte Ja, lass es doch mal los, Junge Hallo? Ey Das war ein Fehler, glaube ich Bau Menü umschalt Was ist das jetzt? Gameplay Objekte, Blöcke Böden, Blöcke Blöden, Blöcke Blöcke Hä? Hä? Was soll das jetzt sein? Hä? Warte Nimm doch die Blöcke Ja, man kann ja alles einstecken, kann das sein? Skalieren, Malieren Da können wir jetzt einen Block Ja, okay, Leute, ich würde sagen, ich check das im Stream ab Äh, diese Mob Editor Editor, genau Editor Oder doch, das heißt Editor Map Editor Ja, Autospeicher an der Karte Ach, keine Ahnung, was ist er denn? Map Editor, test ich im Stream Und Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video So ein Einstiegsvideo auf Season 1 Ich werde öfters mal Videos machen Oder Challenges auch paar vielleicht Auch mal so gewertet, ranked Streams, wieder paar Modi Ja, ich hab schon richtig Bock In Zukunft werde ich öfters jetzt Videos machen Wegen meinem Programm Musste ich erstmal klarkommen Und Dings Ich such noch Musik, dass ich für mein Videos Business kann, aber ja Läuft jetzt wieder ein bisschen besser Und Wenn es euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, da ist ein Abo, da gehört die Glocke Und Ja Was will der Kollege noch sagen Okay, okay Dann Würde ich sagen Tschüss, ne Tschüss Ciao